Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Videoreihe zum Thema Hochverfügbarkeitsclustern. Heute besprechen wir, wie wir so ein Hochverfügbarkeitsclustersystem warten würden. Aber bevor wir beginnen, schauen wir uns noch einmal einige Problematiken an, die eventuell auf uns zukommen könnten und wie wir das am besten noch lösen. Beginnen wir direkt schon mit Splitbrain. Was ist ein Splitbrain und wie können wir das lösen? Um Splitbrain besser zu erklären, schauen wir uns einmal ein Beispiel an. Wenn unser aktiver Server die Hardbit-Verbindung, also die Verbindung zu dem passiven Server, verlieren würde, einmal das, und wenn die Verbindung zum Netzwerk verloren gehen würde, und dann, nachdem er das verloren hat und danach wieder die Verbindung hat, also zu dem passiven Server und wieder die Verbindung zu unserem Netzwerk, also zu unserem Router oder dem Switch, kommt es zu einem Splitbrain. Warum? Weil jetzt denken beide Server, die sind der aktive Server und jetzt kann sich das System nicht entscheiden, wer soll denn jetzt von denen wirklich die Rolle des aktiven Server übernehmen. Weil jetzt, wie gesagt, denken beide, die wären jetzt der aktive Server. So, um das Ganze zu beheben, bietet Synology Software-seitig eine Lösung und wie wir das dann halt am besten einfach lösen. Da habe ich schon bereits was vorbereitet. Dazu schauen wir uns ein kleines Video an, beziehungsweise ich habe das dann versucht, dann nachzustellen, diesen Fehler erstmal auszulösen. Und dann schauen wir uns hier, wie wir das Ganze beheben würden. So, wir sehen auch schon direkt, wenn wir Synology High-Ability-Klasse aufrufen würden, wenn wir schon oben die Meldung bekommen, einmal nochmal kurz zurück und anhalten, dass es zu einem Fehler gekommen ist, also zum kritischen Fehler, ein Splitbrain ist aufgetreten und dass wir das bitte beheben sollen. Wir sehen auch schon jetzt hier oben, da steht Vorschlag und dann sehen wir in blauer Schrift, Schrift, Splitbrainfehler beheben, behoben, also klicken wir einfach drauf und dann kommen wir zu einem Menü, also kriegen wir ein neues Fensterchen geöffnet und dann sehen wir zwei Punkte für uns, die zur Verfügung stehen. Einmal, ganz oben steht, alle Daten auf beiden Servern beibehalten, das würde heißen, die Daten würden auf beiden Server wirklich beibehalten und aber, aber eins der beiden Geräte wird dann halt weiterhin als aktiver Server agieren und das andere Gerät wird komplett aus dem Cluster entfernt, also Achtung, er wird komplett aus dem Cluster entfernt, man müsste dann das Cluster neu aufsetzen. Unten steht Daten nur von einem der beiden Server beibehalten, wenn wir das dann auswählen, würde dann halt bedeuten, dass wir dann halt die Rollenvergabe eventuell neu vergeben müssen, also wer dann halt unser aktiver Server ist und wer unser passiver Server ist. Das müssen wir halt berücksichtigen. Hier ist ganz wichtig, dass wir halt, wenn das Splitbrain in einem längeren Zeitabschnitt stattgefunden hat, dass wir dann halt schauen, bei welchem der Geräte jetzt der aktuelle Datenbestand ist. Dann müssen wir halt, nachdem wir uns dann für den zweiten Menüpunkt entschieden haben, sagen, okay, welches der beiden Geräte jetzt unser aktiver Server ist, den auswählen und dann das Ganze dann halt bestätigen und natürlich dann nochmal ein Passwort, den wir hinterlegt haben, das nochmal bestätigen und sobald wir das dann halt eingegeben haben und auf Sendung geklickt haben, dann ist unser neues Gerät, in dem Fall unser altes Gerät, unser aktiver Server, wird dann wieder zum aktiven Server und der passive wird dann halt weiterhin der passive sein, allerdings wird dann danach eine Synchronisierung stattfinden von dem aktuellen Datenbestand, also von dem Datenbestand, von dem Gerät, für den wir uns als aktiven Server entschieden haben. So, das Ganze ist dann auch schon jetzt in dem Fall jetzt hier abgeschlossen und jetzt schauen wir uns, wie wir zum Beispiel unseren Arbeitsspeicher austauschen würden, denn hierfür gibt es zwei Methoden. Methode Nummer 1, wir fahren das komplette Cluster runter und tauschen bei beiden Geräten unseren Arbeitsspeicher aus. Es kann ja sein, dass die entweder defekt sind, also der Arbeitsspeicher entweder ausgefallen ist, bei beiden Geräten oder bei einem der Geräte, bei beiden ist es ja unwahrscheinlich, oder dass wir den Arbeitsspeicher erweitern möchten, weil wir eventuell weitere Dienste oder Pakete installiert haben, die halt mehr Anforderungen, also höhere Anforderungen haben, mehr Ressourcen benötigen. So, dann könnte man, wie gesagt, beide Cluster herunterfahren, wenn das möglich ist. Es gibt aber bei Unternehmen, wo das nicht möglich ist, wo halt das System permanent verfügbar sein müsste, da müsste man halt wie folgt vorgehen, man würde halt den passiven erstmal herunterfahren, hier den Arbeitsspeicher austauschen, den wieder hochfahren und dann unter SAA-Paket einmal bitte kurz bestätigen, dass der Arbeitsspeicher getauscht wurde und sobald dann das fertig ist, dann machen wir folgendes, dann würden wir dann halt hier wieder auf der Oberfläche von unserem Cluster ein manuell in Übergabe, das nennt sich dann Failover, also Switchover, würden wir dann auslösen, also manuell auslösen. Das kann ich auch gleich mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Und warum machen wir das? Warum tauschen wir die Rollen aus? Ja, weil wir möchten jetzt auch noch bei dem, also nachdem wir bei dem passiven den Arbeitsspeicher getauscht haben, dass wir den aktiven ebenfalls den Arbeitsspeicher tauschen, aber das ist dann so lange nicht möglich, weil ja unser NAS soll ja weiterhin erreichbar sein und das ist ja deswegen nicht möglich, weil er halt aktiv ist. So, dann bekommt unser passiver Server die Rolle des Aktiven, damit unser Unternehmen und die Mitarbeiter weiterarbeiten können. Da ist jetzt unser passiver Server, den fahren wir jetzt runter und tauschen den Arbeitsspeicher aus, fahren den wieder hoch und entweder lassen wir das System so wie das ist, also die Rollen, die aktuellen Rollen, oder man tauscht dann, lässt erstmal die Daten synchronisieren, also von dem aktiven zu dem passiven und wenn die dann gleich sind, könnte man sagen, okay, jetzt tausche ich wieder die Rollen, dann ist wieder mein aktiver Server das Gerät hier und der passive Server hier. So, einmal kurz zeigen, wie wir halt so ein Failover übergeben würden. Dafür gehen wir nochmal wieder auf die Oberfläche und gehen einmal zu unserem Cluster und würden dann halt hier sagen, verwalten und dann würden wir sagen, Übergabe und dann wird dann halt die Übergabe hier stattfinden, also manuell ausgelöst. So, das sind die beiden Methoden, die dazu halt dienen, um den Arbeitsspeicher auszutauschen. Schauen wir uns erstmal im nächsten Schritt, wie wir halt Festplatten austauschen würden. Festplatten auszutauschen, da gibt es viel mehr Gründe. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir mehr Kapazität benötigen und ja, anfangen müssen, Festplatten zu tauschen oder dass bei uns eine Festplatte ausgefallen ist und dieser ausgetauscht werden sollte. Bleiben wir jetzt erstmal bei dem Fall, dass wir jetzt mehr Kapazität benötigen und hier die Festplatten jetzt austauschen müssen. Wie gehen wir am besten vor? Schritt Nummer 1, wir beginnen bei unserem aktiven Server. So, und hier müssen wir unterscheiden, ob unsere Geräte Hot Swap unterstützen oder nicht. Keine Angst, die meisten Synology-Geräte, also alle Plus-Geräte unterstützen Hot Swap. Das heißt, Hot Swap würde bedeuten, dass wir während des Betriebs unser Laufwerk entnehmen können und die Festplatte da rausnehmen können und eine neue Festplatte einsetzen können in dem Tray. So, wir würden halt so, wie gesagt, im ersten Schritt mit dem aktiven Beginn und am besten chronologisch, das heißt, da geht es mal exemplarisch bei dem passiven Server, von links nach rechts, also mit dem Laufwerk 1 beginnen und dann mit dem zweiten. Wir würden halt wie folgt vorgehen, wir würden während des Betriebs unser Laufwerk 1 entnehmen, die Festplatte rausnehmen, gegen eine größere austauschen, wieder einsetzen und dann bei unserem aktiven Server den Speicherpool, also den Speichermanager öffnen und dort sagen, bitte den Speicherpool reparieren. Also das heißt, die neue Festplatte wird aufgenommen in unserem Speicherpool und die Daten werden halt wiederum neu verteilt. Sobald das dann abgeschlossen ist, wiederholen wir den Vorgang für unser Laufwerk 2, das heißt, dann Laufwerk 2 entnehmen, die alte Festplatte raus, gegen die neue Festplatte, die größer ist, dann wieder einsetzen und dann wieder zum Speichermanager und dort sagen, bitte Speicherpool reparieren. Der Speicherpool repariert und fertig, dann gehen wir so weiter mit dem dritten Laufwerk und mit dem vierten Laufwerk, bis wir dann alle Festplatten gegen größere Festplatten ausgetauscht haben und fertig sind. Warum können wir nicht alle Festplatten rausnehmen und direkt gegen größere Festplatten einsetzen? Naja, die Daten befinden sich auf unserem alten Festplatten. Wenn wir jetzt die rausnehmen, wir sollen halt die bestehenden Daten auf die neuen Festplatten kopieren. Daher Laufwerk für Laufwerk wird halt hier ersetzt, damit die Daten von alten Festplatten auf die neuen Festplatten beschrieben werden und unser RAID neu konfiguriert wird. So, nachdem wir mit unserem aktiven, also diesen Vorgang mit unserem aktiven Server abgeschlossen haben, machen wir das gleiche mit unserem passiven Server, während der Betrieb Festplatte für Festplatte austauschen. Was tun wir, wenn jetzt unser Solon-Engineers HotSwap nicht unterstützt? Ist zwar sehr, sehr selten, aber könnte ja sein, dass ihr noch ein älteres Gerät habt, das HotSwap nicht unterstützt. Da müsst ihr am besten wie folgt vorgehen. Da müsst ihr leider, leider, leider euer gesamtes Cluster herunterfahren und dann auch hier bei dem aktiven Server beginnen und dann auch, wie wir zuvor erklärt haben, Laufwerk 1 entnehmen, irgendeine größere Festplatte austauschen, die Laufwerk 1 wieder einsetzen, den Cluster, also den Cluster wieder hochfahren, dann im Speichermanager sagen, ja bitte Speicherpool reparieren. Nachdem der Speicherpool repariert ist, wieder Cluster, unseren Cluster wieder runterfahren, also unser gesamtes Cluster runterfahren, dann mit dem Laufwerk 2 gleiche tun wie mit dem Laufwerk 1, bis dann halt alle Laufwerke ausgetauscht wurden. Nachdem das dann halt abgeschlossen ist, also nachdem unser aktiver Server, ja alle, bei dem aktiven Server alle Festplatten ausgetauscht wurden, machen wir das gleiche dann halt mit dem passiven Server. Da fahren wir den passiven Server separat runter und tauschen halt dort Festplatten aus, bis wir dann halt, ja, alle Festplatten, also alle kleinere Festplatten gegen größere Festplatten meine ich die Kapazität natürlich mit größeren Festplatten ausgetauscht haben. Was tun wir, wenn wir jetzt nicht alle Fächer, Laufwerksfächer mit Festplatten bestückt haben? Sagen wir zum Beispiel, wir haben nur die ersten beiden Laufwerksfächer mit Festplatten bestückt, aber die beiden letzten beiden, also 3 und 4 ist noch frei. Wie gehen wir da am besten vor? So, da können wir wie folgt vorgehen. Wir können während des Betriebs einfach gleichzeitig sogar Laufwerk 3, also gleichzeitig Laufwerk 3 und Laufwerk 4, mit weiteren Festplatten bestücken und dann noch im Speicherpool später bei unserem Aktiven Server erst mal beginnend, dann sagen, dass der Speicherpool bitte repariert werden sollte. Und das ist der Vorteil halt, wenn wir noch freie Laufwerksfächer noch haben, können wir gleichzeitig direkt mit zwei, wenn es jetzt notwendig sein sollte, direkt mit zwei neuen Festplatten bestücken oder mit nur einer, je nachdem, wie viel ihr bräuchte. Bei dem Passiv-Server ist der gleiche Vorgang, das heißt, wir können gleichzeitig direkt die leeren Fächer mit neuen Festplatten bestücken, hinzufügen und dann nur noch den Speicherpool reparieren. Es gibt allerdings noch eine kleine Einschränkung, das möchte ich Ihnen nicht außen vorenthalten, und zwar, nachdem wir SAA eingerichtet haben, können wir nachträglich unseren RAID-Typ nicht mehr ändern, macht auch Sinn, und vor allem Link-Ingregation, also Einstellung für Link-Ingregation ist danach nicht mehr möglich, also bitte vorher euer RAID-Typ passend auswählen, Link-Ingregation vorher schon richtig konfigurieren, damit ihr nachher keine Probleme bekommt. Zudem sind zwei Pakete, die halt nicht unterstützt werden, das ist einmal Petaspace und unser Migrationsassistent. Diese Pakete werden halt, wenn ihr SAA aufsetzt, nicht unterstützt. Neben dem, ja, unserem Zwillings-Cluster, also dem Aktiv- und Passiv-Cluster, gibt es noch eine weitere Cluster-Lösung, das wäre zum Beispiel einmal die OC3400 oder die SA3400D. Da sind, ja, beide Geräte, also sind zwei Geräte, die jeweils in Hochverfügbarkeit in einem Gehäuse sind und hier ideal für verschiedene Anwendungen halt gedacht sind. Zum Beispiel die ist OC3400 ideal für, ja, als Ice-Case-Storage geeignet für VMs und die SA3400D, die ist ideal geeignet, wenn es darum geht, wenn wir zum Beispiel ein Hochverfügbarkeits-Cluster in einem Gehäuse haben möchten, also nicht separat, sondern in einem Gehäuse und dort halt unsere zum Beispiel Backups liegen oder als Mail-Server oder als Cloud agiert für uns halt. So, das wäre dann zum Beispiel die eine Möglichkeit. Zudem ist das noch zu erwähnen, dass die OC3400 einen Aktiv-Aktiv-Dual-Controller hat und die Synchronisierung bei der OC nicht über, ja, über die Ladenschnittstelle hier direkt geht, sondern über NTB, also Non-Transparent Bridge und das ist die schnellste Verbindung bei PCI und sorgt dann dafür halt, dass die beiden Controller die schnellste Datenübertragung haben und, ja, die beiden Controller haben dann natürlich auch gleichzeitig auf die Festplatten, die da sind, gleichzeitig einen Zugriff. Das heißt, hier im Aktiv-Passiv, in unserem Aktiv-Passiv-Cluster, also in unserem Zwillings-Cluster haben wir dann zwei separate Geräte und auch die Festplatten müssen halt doppelt vorne sein, einmal hier für den aktiven Server und einmal bei dem passiven Server. Das möchte ich auch gar nicht schlechtreden, das sind auch Anwendungsfälle, die halt so auch explizit gebraucht werden und allerdings bei der OC 3400 ist das so, dass wir dann halt nur einmal Festplatten kaufen, aber beide Controller gleichzeitig darauf zugreifen können. Das Gleiche ist bei der SA 3400D, allerdings ist die SA 3400D, die hat nicht einen Aktiv-Aktiv-Dual-Controller, sondern ein Aktiv-Passiv-Dual-Controller. Da werden alle Pakete und Dienste unterstützt und die Synchronisierung findet ebenfalls über NTB statt. Bei der OC ist es so, dass sowohl ICASI als auch Fiber Channel mehr Protokoll unterstützt werden und bei beiden Geräten wie bei UC 3400 und SA 3400D werden hauptsächlich SAS-Laufwerke unterstützt. Dann gibt es noch eine dritte Hochverfügbarkeitslösung, das betrifft dann zwei Pakete, einmal den virtuellen Maschinenmanager und unseren Mayplus-Server. Beim virtuellen Maschinenmanager ist das so, dass wir halt pro virtuelle Maschine hier ein Hochverfügbarkeits-Cluster herstellen können und wir können halt die Richtung jederzeit bestimmen. Das heißt, wenn wir jetzt fünf virtuelle Maschinen haben, kann man dann bei jeder virtuelle Maschine selbst bestimmen, welcher der NAS-Geräte für uns denn als aktiver Server agiert und welches dann für uns als passiver Server agiert. Da müssen wir halt beachten, dort ist die Redundanz, also die Hochverfügbarkeit besteht nur für unsere CPU zur Verfügung, nicht für die Daten. Dafür gibt es auch eine Lösung, aber dazu haben wir auch schon bereits ein Webinar gehalten. Bei Mayplus gilt es wie folgt, dass alle unsere E-Mails, unsere User-Daten im Web-Client und unsere E-Mail-Protokolle hochverfügbar stehen. Also in dem Fall würde das halt bedeuten, sollte unser Mayplus-Server halt ausfallen, sonst ist das kein Problem. Wir könnten halt auf einem anderen Server sofort, haben wir unsere E-Mails und User-Daten und natürlich unser E-Mail-Protokoll sofort zur Verfügung. Diese Hochverfügbarkeit-Cluster bieten die Pakete selber, unabhängig von so einem Zwillings-Cluster. Das müssen wir halt hier an dieser Stelle sagen. Ja, das war es auch schon mit der Videoreihe und zum Thema Hochverfügbarkeit-Cluster. Ich hoffe, wir könnten ein bisschen damit helfen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.